An dem Studium gefällt mir vor allen Dingen, dass wir viele Dozenten aus der Praxis haben, die wirklich auch ihre Geschichten, die sie erlebt haben, erzählen und wir haben das große Glück, dass wir eben auch viele Exkursionen machen. Also wir haben so viel gesehen, was, glaube ich, der Otto Normalbürger nicht sehen würde, was auch wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlässt und das gefällt mir besonders gut hier. Einige Berufsperspektiven oder beziehungsweise Berufsebenen konnte ich dann mit meinem Abschluss nicht erreichen, da ein akademischer Hintergrundwesen verlangt wird. Und ich hatte sozusagen praktisch die Möglichkeit gehabt, mein Berufsleben aufzugeben und ein Studium anzufangen, aber dabei müsste ich sozusagen meine Gehaltsklasse abschreiben oder ich hätte die Möglichkeit gehabt, bei der NBS zu studieren im Bereich Teilzeit. Und das hat mich viel mehr angesprochen. Das Beste am Teilzeitstudium ist tatsächlich, ich lerne etwas im Beruf, ich lerne auch wirklich neue Themen und dann komme ich am Freitagabend oder am Samstag in die Uni und habe genau dieselben Themen nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene und lerne die dann nochmal auf dieser theoretischen Ebene erneut. Und das ist eine Verbindung, die ich sehr schätze. Mir gefällt, dass es sich alles in kleinen Räumen abspielt. Wenn man mal nicht hinterherkommt, ist der Dozent für einen da, man kann immer nachfragen. Die Dozenten haben immer ein offenes Urteil. Darüber hinaus befinden wir uns hier im Carré. Bedeutet, in der Freistunde kann ich mit meinen Kommilitonen einfach was essen gegen das Unternehmen. Und zudem ist die Uni halt auch sehr gut mit dem öffentlichen Verkehrsbetrieb erreichbar, was für mich sehr wichtig ist. Beim Vollzeitmodell sprechen wir insbesondere Bewerber an, die die Hochschulberechtigung haben, zum Beispiel über das Abitur oder über eine Aufstiegsfortbildung mit der entsprechenden Berufsausbildung. Und im Teilzeitmodell sprechen wir Bewerber an, die einen Beruf ausüben und diesen Beruf nicht aufgeben wollen, sondern neben dem Beruf studieren wollen.